Nicht spielbar. Hm? Nicht spielbar. Nicht mal Eisen auf 3. Ich brauch Eisen auf 3. Ich spiel' nicht ohne Eisen auf 3. Nicht. Ja. War im Rang bis jetzt. Entweder Englisch oder... Oder... Oder Deutsch, Mann. Entscheid dich, Mann! Gar nix. Alles. Rang auf Deutsch. Reset auf Englisch. Schmerz. Ja, Mann, egal. Spinnchenplinder, Alter. Das fack nur. Alter, ich hab' mich schön schon genommen. Gott, ich hab' mich so geschockt. Ich hab' die Tante mal nix, ne? Läuft. Das war glaub' ich doch nicht immer... Scheiss egal. Was? Oh komm, mit der Prüfung wären du ein sehr seltener Gegenstand bei dir... Ach, f*** dich doch, Spiele. Aber er war Burrito dort wahrscheinlich, ne? Burrito, Schlüssel, alles was... ...rot ist oder lila... Ach, wie dumm ist das denn, Digga? Die Channeter unter Hals, Maul. Nur Rang 10, Alter. Erstmal screenshotten, Alter. Dass du Rang 10 bist. Ich weiß. Ja, ist nicht flüssig. Ist er mal Rang? Nein. Ja, aber hier geht es komplett schnell, Alter. Weil bei Grün ist die komplette Mehrheit, ne? Du gehst einfach kurz drei weg. Weiß schon. Das ist ... ... ... ... Was ist das Filote? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich dachte wirklich Schmuck, Mofi, Mann. Ja, ist so. Schmuck, Mofi, Mann. Schmuck, Mofi, Mann. Das kommt erst nächsten Monat oder so. Digga, EAs sind hoher in Söhne. Das kommt doch einmal im September eigentlich. Digga, Lukaku hat auch noch 85 bekommen. Ach so. Immobile hat mehr Geschwindigkeit als Gnabry und Sancho oder so. Jeder hat mehr Ernst knabry. Die Koti sind nur sauer, weil Bayern kein Bock auf EA hat und Konami. Ich würde sowas von hier. Ich meine, Bayern wäre einfach verbieten, dass sie hier mal, ähm, ne? Ja, dass sie mich, dass sie überhaupt Bayern müssen dürfen. Das ist, das ist ein Nurse. Ach so. Ja. Ja, bitte Baby-Nurse, ewig nicht mehr. Das könnte eine Baby-Nurse sein. Das ist langsichtig bei dem Baby-Nurse. Die letzten Nerse waren fünf Sekunden vorbei. Ich weiß, ob es eine Baby-Nurse ist, weil ich hier... Okay, hier konnte ich es machen, sorry. In der Vorschule ist es... Ich weiß nicht, ob es eine Baby-Nurse ist, mal gucken. Nein, die hat mich noch safe gesehen, du. Aber auf jeden Fall hab ich jetzt gesehen, wie schnell dich umdreht. Oh mein Gott, wenn du eine Tank würdest, du Penis! Ich guck mich nicht, dass es eine Baby-Nurse ist. Ähm, ich glaub, wir laufen rein. Ja. Es ist kein Baby-Nurse. What the fuck, die sind zwei Paletten innerhalb von fünf Metern, man. Ich bin forsch, du bist du. Hm, unten in diesem einen Raum. Ich hab grad nicht gefragt, wo bist du? Ach, sie hat Strider. Ja, merkt grad, ich wollte grad genau in welchem Moment sein, sie hat Strider. Ich bin ja unten, weißt du. Ja, ich mach jetzt jeden... Tode, jedes Toten kaputt, Alter. Ich mach auch heute eins, Leute. Kleine Fotze. Wie tot ist, geht's ja pro Spiel fünf, ne? Hm. Tja, wie laut bin ich, Alter? Also, Vorschule. Ach, Ruin hast du auch noch. Ich werd' da voll. Ja, will ich. Was denn? Okay, mach' ich den Geld zu holen. Alter. Das war so schnell, ich kann auch schon mal der Taten, Mann. Digga, ich seh' Totems ja durch die ganze Map. Och, Junge, es ist so ne Kack-Map geworden, Alter, Vorschule. Wenn du hier nicht überdurchdachst, kannst du die direkten Türen. Also, du hast schon einmal weggemacht, ne? Mhm. Ich hab' auch eins weggemacht. Ich mach' jetzt hier Ruin weg. Ähm, man kann nicht an die Tote, Mann, kommen. Ich hab's auch. Es ist verbuggt. Ich hab's auch. Ja? Genau die, ne, ne, so ein Bagger hast du schon mal auf der Map. Junge! Weißt du, wo ich war? Wo? Folg mir auf der Hauptstrafe. Folg die Hauptstraße. Ich will's jetzt wissen, ob sie mir... Och, Junge! Einmal seinen Billigen Versuch mit Brünscheitzel zu machen. Jetzt wirst du... Kriegit. Ich hab' den Schülern in eurem Leben, Mann. Und schon kommen. Wenn das Tote mehr ich verpackt ist, dann ist... Ey, du fotzst hast keinen Grund, auf mich zu gehen. Geh' auf Jackson oder so? Wo war das Tote denn? Im Haus, am Rand, im Baum? Hauptstraße, so, Ende der Hauptstraße. Und dann noch bis nach links. Nein, das ist so ein Gebüsch, Alter. in der nähe vom krankenwagen digga hauptstraße einfach ich kann es nicht beschreiben ich glaube die stecken die oder hauptstraße hauptstraße ist gar nix siehst du mich irgendwo wo der fertige gen ist ach so da geguckt sich das leuchtende feuer nicht alter neu man kommt da echt nicht rein was ist das denn das ist aufgezerrt es ist eine 20 prozentig chance ist das bond 20 prozent verzeiht ich hab mir schon gedacht der eingang ist echt eng warum liegst du ich behalde clip was hier noch irgendwas passiert alter jetzt würde ich aufgehoben oder so ja klipp das mal ich brauchte das neue video what the f... was? hä? hä? what the fuck? hä? ich bin etwas verwirrt hier ey du da kommst du ey du 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 kommst du da rein? äh ich verstehe hä? was ist das? du hast aber auch kein board time oder so ne? ne ne hä nein die anderen tode ist kaputt digga ich bin grad verwirrt was war das gerade? was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? ich bin so verwirrt was ist das denn? ich bin so verwirrt was ist das denn? doch doch ach ja doch aber also ich hab zwei kaputt gemacht du hast einen ruinen kann ich kaputt machen oder vier gibt es nur noch einen ah da ist es ich mach falls nöt ne gar keinen bock drauf ich bin da richtig geschockt und man heilt sich auf einmal random tot ok das tot an diese totem komm ich ran wow ich weiß nicht wie es passiert wenn ich das zu überleben wäre alter das ding ist sie brauchen diese türen gar nicht kaputt machen die futze ja das nöt ist nicht schnell das nöt ist nicht schnell boah digga du kleiner ruhe das war ich lass mich nicht von der nurse erwischen ey die nurse wird auch nicht gepickt jetzt will sie dich ne nein die will die eine oder hat dich nicht gesehen ne die hat mich nicht gesehen ich will mich auch nicht sehen lassen weil die deck um mich geht ne wurde vorschule schon unten gemacht digga das fügt mich auch diese tür alter da die folgte ist durch den kurzen spuren was los leute ich will check mal im keller ob es hier abgeht hm ja sarina ich bin vor dir hier ein grünen schlüssel wow es ist beruhigend dass auf jeden fall der killer kein dings haben wird kein nöt den zieht mal in der keller ab ja kann ja ja jetzt läuft die ganze Zeit hinter mir dann schaust du den porten jetzt habe ich die Ordnung verloren und das ist so manchmal wenn du so gefickt wirst kriegst du die möglichkeit was macht sie kann sich über porten mir dass die frage ob sich also kann sie sporten jetzt der ausgang bei der vorschule auf ich war es doch echt ein bug man ich will wissen ob die nöt hatte Oh mein Gott, die eine schaffst du nicht. Ne, ich hätte doch nicht mal death gehabt mehr. Doch, du schaffst das. Nein. Digga, bist du dumm wie scheiße? Bist du schlecht? Bist du kacke? Bist du ein Ohrensohn? Beide schaffen das. Ich bin jetzt beide verreckt, ne? Oh mein Gott, die verreckten beide. Digga, ihr hättet einfach nur rausgehen. Nein, ihr musst uns provozieren, Alter. Digga, provoziert doch nur, wenn es safe ist, ne? Hm. Change my mind, aber ich provoziere doch nur, wenn ich 100%, 124% und komme. Was macht? Aber die eine Dings, Dings da, ne? Die kann ich hochheilen. Nein, das kann ich nicht. Natürlich Ruin. Ah ja. Bitte nimm die Cheryl. Man muss Cheryl nehmen, ne? Die eine auf da rauf. Ich kann burnen. Warte. Jetzt, jetzt kommt's. Jetzt könnte der Un-Ultimate-Car-Moment kommen. Ich versteh nicht, dass der... Anstatt hier gewartet hat, bis die Erschöpfung weg ist. Hm. Hä? Ja, geh doch raus. Geh raus. Der Killer gönnt dir sogar. Geh doch raus. Eis auf. Was ist das für ne Runde, Mann? Digga, was ist das für ne Runde? Was ist das für ne Runde? Was ist das für ne Runde? 4T-11. Der hatte keiner mehr gehabt, ok. Oh, meine Cheryl ist für das 1. Rallye geschafft. Das war's für heute. Der Penis ist groß. Ich weiß auch, wo ich damals eine Challenge geschafft habe, First Joy, aber dann nicht angenommen habe, die Challenge erstmal. Mach schon auch mal. Danach habe ich es trotzdem geschafft. Ach, mit Ass im Ärmel. Ne, die Challenge mache ich nicht. Die hat bei dir nicht gut geendet. Das war eigentlich eine Challenge. Ich hab's einfach so mitgenommen. Wow, da hast du verdient zu sterben, Digga. 12 Generatoren, ja. Das ist Punkt und nicht. Hä? Das ist Punkt und nicht genug. um